Hallo Menschen, heute möchte ich euch zwei Bücher über Tschernobyl vorstellen, und zwar an der Reihenfolge, in der auch ich sie las. Das heißt zuerst das Sachbuch Tschernobyl von Svetlana Aleksejewitsch. Das war mein erstes Buch für dieses Projekt gemeinsam lesen, was ich zusammen mit Kantrix las. Und um es erstmal so zu formulieren, ich fand das großartig. Und ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich das in Worte fassen soll. Ich habe hier so viel angestrichen und man bekam so viele Eindrücke. Ich habe auch einiges gelernt und weiß noch nicht wirklich, wie ich das in einem kompaktes Video machen soll. Aber ich wollte unbedingt davon erzählen, weil es mir schon wieder so nahe ging und ich das ganz, ganz toll fand. Ich persönlich mochte halt auch die Erzählweise bzw. den Aufbau, den sie wählt. Man muss sich vorher einfach bewusst sein, dass es jetzt kein typisches Sachbuch ist, in dem Sinne, dass man jetzt so die ganzen Fakten geliefert bekommt. Also es geht jetzt weniger so richtig um Ursache und Wirkung und man bekommt nicht für alles Erklärungen oder es geht um die Verbindungen zwischen den Dingen. Sondern es sind die persönlichen Erinnerungen von betroffenen Leuten eben. Das heißt, teilweise erzählen die auch ein bisschen zusammenhangslos, teilweise wiederholt sich vieles. Manchmal sind es auch nur so Assoziationsketten und sie kommen halt vom Hundertsten ins Tausendste. Manchmal weiß man am Anfang überhaupt nicht, was das jetzt gerade mit Tschernobyl zu tun hat und man kommt erst später durch. Aber das sorgt dafür, dass man so viele Perspektiven bekommt. Also wir haben hier Rückkehrer dabei, es sind Ärzte, die erzählen, teilweise dann im zweiten Teil auch so Fachleute und Politiker. Es sind Leute, die gleich am Anfang jemanden verloren und das gefiel mir wirklich, wirklich gut. Was ich auch sehr interessant fand, dass sie immer mal so zwei, drei Stimmen mit reinbringt von Leuten, die eben gerade nicht mit ihr reden wollen, die sie dann beschimpfen und fortschicken oder ihr sagen, was soll denn das überhaupt? Also entweder ich will nicht drüber nachdenken oder ihr erzählt doch eh irgendwas Falsches, ihr wollt uns nur ausbeuten. Es war interessant, auch zwischendurch mal diese Perspektive zu bekommen. Manchmal hört man auch von Leuten, die das Ganze noch verteidigen, also vor allem die Zeit danach, wie dann halt teilweise vorgegangen wurde, wie die Leute absichtlich falsch informiert wurden an manchen Stellen. Und der größte Aha-Moment für mich war aber auch eine Familie, die Tschernobyl als Zufluchtsort gewählt hat vor dem Krieg in Tatschikistan, glaube ich. Und da habe ich einfach noch nie so dran gedacht, dass Tschernobyl dann halt auch wie ein Refugium sein kann für irgendjemanden, weil es überall anders noch schlimmer ist. Gleich in der ersten Geschichte, sag ich mal, wird gleich so eine herzerreißende Begebenheit wiedergegeben. Da erzählt eine Frau eines Feuerwehrmanns, der da zu diesem Brand geholt wurde. Sie wussten überhaupt nicht, was los ist und was das für Folgen haben könnte. Und der stirbt dann natürlich zunehmend, also innerhalb mehrerer Tage, und sie besucht ihn eigentlich unerlaubt. Und da gibt es einen Moment, während er schon, wenn er sich dreht, fällt die Haut ab. Also er ist wirklich gerade am Verrecken. Er liegt dort und kann nichts mehr machen. Und dann sagt er zu ihr, ich habe dir immer am Feiertag, ich habe gerade vergessen, welcher Feiertag es war, Blumen geschenkt. Und das soll bis zu meinem Tod so bleiben. Und dann langt er unter seinen Kopfgesen. Und dieser sterbende Mann reicht seiner Frau noch zwei Nelken oder so, für die er halt eine Krankenschwester bezahlt hat. Und dann auch ganz in die andere Richtung, da gibt es einen Politiker, der seine Enkelin nicht fortbringen lässt, weil er sagt, wenn ich mein Kind fortbringe, dann bin ich ja ein Verräter. Und was sollen dann die anderen von mir denken? Und natürlich wird das Kind deswegen, also, ja klar, krank. Und er wollte einfach nur nicht als Verräter dastehen. Und es macht einen wahnsinnig, es geht nahe. Und ich möchte jetzt natürlich nochmal die Leute selber zur Sprache kommen lassen, denn das ist eigentlich die große Stärke dieses Buches. Es sind ganz viele verschiedene Eindrücke, manche ganz schön krass, aber ja, es ist auf jeden Fall gut. Zitat 1 aus dieser Geschichte mit den Blumen, die ich gerade wiedergegeben habe. Alles war eine einzige Wunde. Die letzten zwei Tage im Krankenhaus, wenn ich seinen Arm hob, schwang der Knochen hin und her. Das Fleisch löste sich schon. Teile der Lunge und der Leber kamen ihm aus dem Mund heraus. Er erstickte fast an den eigenen Innereien. Ich wickelte eine Binde um die Hand und schob die Hand in seinen Mund, um das alles herauszuholen. Das kann man nicht erzählen, das kann man doch nicht schreiben. Zitat 2, was immer wieder vorkommt. Wir haben den Krieg überlebt. Was soll uns die Radioaktivität anhaben? Dann etwas von einem der Liquidatoren. Wieder zu Hause habe ich alle Sachen, die ich dort getragen hatte, in den Müllcontainer geworfen. Nur das Käppi habe ich meinem kleinen Sohn geschenkt. Er wollte es so gerne haben. Er hat es ständig getragen. Zwei Jahre später wurde bei ihm ein Hirntumor festgestellt. Alles andere können Sie selbst hinzufügen. Ich will nicht weiterreden. Dann über eine Mutter, die nach Tschernobyl geboren hat. Meine Kleine, sie ist anders. Wenn sie größer wird, wird sie mich fragen, warum bin ich nicht so wie alle anderen? Als sie zur Welt kam, das war kein Baby, sondern ein lebendes Bündelchen, von allen Seiten zugenäht. Kein Spalt zu sehen, nur die Äuglein waren offen. Auf dem Krankenblatt steht, Mädchen, geboren mit einer vielfältigen komplexen Pathologie. Aplassie des Anus, Aplassie der Vagina, Aplassie der linken Niere. So klingt das in der wissenschaftlichen Sprache. In normaler Sprache heißt das, keine Scheide, kein Popo, nur eine Niere. Ich brachte sie am zweiten Tag zur Operation, an ihrem zweiten Lebenstag. Und dann etwas weiter unten. Gleich an den ersten Tagen nach dem Unglück verschwanden alle Bücher über radioaktive Strahlung, über Hiroshima, Nagasaki, sogar über Röntgenologie aus den Bibliotheken. Auf Anweisung von oben, hieß es. Damit keine Panik entsteht. Es gab keinerlei medizinische Empfehlungen, keinerlei Informationen. In ganz vielen Geschichten kommen auch immer wieder die Tiere vor, die halt noch in Tschernobyl lebten. Als wir das erste Mal kamen, rannten noch Hunde um die Häuser. Ist eine Geschichte von Soldaten übrigens. Bewachten sie, warteten auf die Menschen. Sie freuten sich über uns, liefen auf uns zu, folgten der menschlichen Stimme. Wir erschossen sie im Haus, im Stall, im Garten. Schleppten sie auf die Straße und warfen sie auf LKWs. Das war natürlich unangenehm. Sie verstanden nicht, warum wir sie töteten. Es war so leicht. Haustiere, sie hatten keine Angst vor Waffen, keine Angst vor Menschen. Sie folgten der menschlichen Stimme. Die Katzen guckten dir in die Augen, die Hunde windelten, drängten in die Busse, Mischlinge, Schäferhunde. Die Soldaten zogen sie wieder heraus, stießen sie mit Füßen. Sie rannten lange hinter den Bussen her. Evakuierung, ich wünsche das keinem. Die Welpen leckten uns die Hände, wollten gestreichelt werden, wollten spielen. Wenn sie nicht ganz erledigt, sondern nur verwundet waren, winzelten sie, heulten sie. Wir kippten sie in die Grube, aber dieser kleine Pudel krabbelte wieder heraus. Keiner hatte eine Patrone übrig, um ihn zu erledigen. Keine Patrone. Verschubsten ihn zurück und schütteten Erde darüber. Es tut mir noch heute leid. Und noch zwei letzte von einem Wissenschaftler, der später etwas hingeschickt wurde. Wir wollten wissen, wie wir uns verhalten, was wir tun sollten. Man sagte uns, führt Messungen durch, seht fern. Im Fernsehen beruhigte Gorbatschow alle. Maßnahmen sind unverzüglich getroffen worden. Ich, ein Ingenieur mit 20-jähriger Berufserfahrung, vertraut mit den Gesetzen der Physik, habe es geglaubt. Ich wusste doch, dass alles Lebende aus diesen Gebieten verschwinden musste, zumindest auf Zeit. Wir aber führten gewissenhaft Messungen durch und sahen fern. Wir waren gewohnt, zu glauben. Ich gehöre der Nachkriegsgeneration an, die in diesem Glauben aufgewachsen ist. Und so weiter. Da haben sie auch ihre Antwort auf ihre Frage, warum wir geschwiegen haben, obwohl wir Bescheid wussten. Warum wir nicht auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Wir haben Berichte und Erklärungen geschrieben, aber wir haben geschwiegen und uns widerspruchslos den Anordnungen gefügt, weil die Parteidisziplin es erforderte. Und das letzte, das fand ich einen ganz interessanten Blick, nochmal aus der Kindersicht erzählt. Ich möchte erzählen, wie meine Oma sich von unserem Haus verabschiedet hat. Sie bat meinen Papa, einen Sack Weizen aus der Kammer zu holen und hat den Weizen im Garten ausgestreut. Für die Vögel, die Geschöpfe Gottes. Dann hat sie Eier in einen Sieb gesammelt und in den Hof geschüttet. Für unseren Kater und unseren Hund. Dann hat sie Speck zurechtgeschnitten, auch für sie. Sie hat die Samen aus all ihren kleinen Beutlichen geschüttet. Moorüben, Kürbisse, Gurken, Perlzwiebeln, verschiedene Blumensamen. Sie hat alles im Garten ausgestreut. Sollen wie in der Erde leben. Und dann hat sie sich vor dem Haus verneigt. Vor dem Schuppen. Sie ist um jeden Apfelbaum herumgegangen und hat sich vor ihm verneigt. Daran hört ihr schon, dass viele halt so eine grundsätzlich eher drückende Stimmung haben. Ich finde, es artet jetzt aber trotzdem auch nicht in Elendsporno aus, sondern sie lässt eben die Leute erzählen. Und das sind volle und tiefe Erfahrungen. Und natürlich geht es da grausam zu nach so einem Ereignis. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie die Leute jetzt irgendwie ausschlachten wollte für ihr Buch, sondern das war auch persönliches Interesse mit dran. Und es geht darum, die Leute selber zu Wort kommen zu lassen. Ich habe ja schon angedeutet, dass sich einiges immer wiederholt. Zum Beispiel auch der Vergleich zum Krieg. Das führt auch dazu, dass mit solchen Vokabeln hantiert wird wie Ehre. Und aber auch Verräter gibt eine Situation, da sagt eine Ärztin zu anderen, ich würde mit deinen Kindern sofort abhauen. Und sie sagt wiederum so, was bist du denn für eine Verräterin? Nur weil die halt an das Wohl ihrer Kinder denkt. Man hört auch immer wieder von der Desinformation danach, von Gerüchten, die aufkommen, auch von der Unvorstellbarkeit der Radioaktivität. Damit können die Leute überhaupt nichts anfangen. Auch diese Zeiten, dass es in 5000 Jahren oder sonst was erst zerfällt, dazu haben wir einfach keine Verbindung. Und auch von diesen Schludereien danach, also vor allem von Leuten, die getroffen waren, die da selbst dann agierten, die sagten, gut, wir haben das gemacht für das Vaterland und so weiter und so fort. Aber es gab eigentlich kein Wissen. Es wurde einfach irgendetwas erst mal gemacht. Ja, und dieses Buch ging mir absolut nah, ohne kitschig zu sein, meiner Meinung nach. Es ist auch genau die Art von Sachbuch, die ich mag, also mit verschiedenen Stimmen und verschiedenen Hintergründen, dass eben nicht nur einer uns diese Geschichte erzählt. Und es gab nur eine Kleinigkeit, die ich halt gerne erfahren hätte, nämlich wie sie eigentlich an diese Gespräche heranging und teilweise auch herankam. Ich meine, hat sie einfach geklingelt und gesagt, hallo, erzähl mir mal was? Oder hatte sie immer eine Einleitungsfrage? Teilweise gibt es auch so Gruppengespräche, wo eine ganze Dorfgemeinschaft dasteht. Wie ist sie da rangekommen? Haben die Leute wirklich einfach von allein erzählt? Hat sie immer mal was gefragt? Also in Abständen hört man mal eine Frage von ihr raus, aber nur so am Anfang. Und ja, hätte ich gerne mal hinten oder vorne gewusst, was sie da als erstes irgendwie gesagt hat, wenn sie sich den Leuten vorgestellt hat. Aber ich möchte zum Schluss noch wiedergeben, wie sie so ein bisschen ihre Aufgabe hier sieht. Sie hat gesagt, Schicksal ist das Leben des Einzelnen. Geschichte, das Leben von uns allen. Ich möchte Geschichte so erzählen, dass dabei das Schicksal nicht aus dem Blick gerät. Der Einzelne. Und ich finde, das hat sie absolut erreicht. Insofern von mir eine große, große Empfehlung. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit etwas Abstand, damit ich auch erst mal von dem Sachbuch herunterkommen konnte, las ich dann nach Barbara Dunjas Letzte Liebe von Alina Bronski. Hier geht es um eine schon sehr, sehr alte Tschernobyl-Heimkehrerin, die eben in so einem nahegelegenen Dorf sich dann niederlässt, zusammen mit ein paar anderen Alten. Wobei die zum Großteil eigentlich vor sich hin leben, ohne jetzt viel zusammen zu machen, sondern jeder macht so sein eigenes Ding. Und relativ lange passiert auch gar nicht so viel mehr. Wir hören halt so den Alltag der Leute, wie sie aufstehen und essen machen. Viel mehr ist es ja nicht. Sie haben keinen festen Zeitablauf mehr. Und das war auch sehr, sehr interessant, wie da diese Stimmung wiedergegeben wurde. Es ist eine ganz andere Organisation des Tages als bei uns natürlich. Und wirkt auch irgendwie so ein bisschen zeitlos, weil sie keine festen Verpflichtungen mehr haben. Und es hat halt immer diesen lustigen Ton. Das heißt, die Geschichte beginnt zum Beispiel damit, dass sie den Hahn ihrer Nachbarin abmurkst, so sagt sie, glaube ich sogar, möchte, weil der ständig falsch kräht, nämlich nachts. Und daran hörte vielleicht schon heraus, dass das Ganze eher so einen flapsigen Ton hat, meiner Meinung nach. Es ist auch eine sehr, sehr einfache Sprache, die eben dann manchmal so einen gewissen lakonischen Humor aufweist oder auch so ironische Selbstbetrachtungen dazu ein kurzes Zitat. In einem Moment, wo gerade in dieser kleinen Dorfgemeinschaft eine Hochzeit noch gefeiert wird, und dann steht da so ganz trocken, man kann nicht behaupten, dass die Stimmung ausgelassen wäre, aber es ist eine Stimmung da. Also das fand ich schon ganz amüsant, aber im Großen und Ganzen sind halt ein paar ernste Themen, die im Hintergrund durchaus anklingen. Also zum Beispiel, dass sie niemals ihre Enkeltochter sehen wird, weil ihre Tochter wiederum sie halt nicht zusammenbringen wird, aufgrund der Strahlung. Die werden halt nie wirklich näher behandelt. Also allgemein ist irgendwie alles immer so auf ein gewisses Schmunzeln aus. Es ist halt so ein bisschen, also nicht mal oberflächlich, aber irgendwie muss alles ein bisschen witzig betrachtet werden. Möchte ich noch ein zweites Zitat vorlesen. Jäger hatte meine Füße geliebt. Er hat mir verboten, barfuß zu laufen, weil Männer schon beim Anblick meiner Zehen heiß wurden. Wenn er jetzt vorbeischaut, dann zeige ich auch die Wülste in den Trekking-Sandalen und sage, siehst du, was von der Pracht übrig geblieben ist? Und er lacht und sagt, sie seien immer noch hübsch. Seit er tot ist, ist er sehr höflich, der Lügner. Sowieso sieht sie immer mal Tote und ist ein ganz besonderer Charakter, das muss man schon zugeben. Das Ganze wird dann auch in Ich-Perspektive und im Präsenz erzählt. Zwei Sachen, die ich eigentlich nicht so sehr mag, aber hier wird die Protagonistin sehr gut wiedergegeben. Sie ist halt schon ein bisschen skurril, aber auch so ruppig, sie ist direkt. Sie ist auch manchmal so eine typische Alter. Also zum Beispiel hebt sie immer ihr ganzes Geld ab, um es halt zu Hause so in ihren Strumpf zu legen, weil sie den Banken nicht traut. Ich muss aber zugeben, dass ich das Buch im Allgemeinen eher nur nett fand und leider nicht mehr. Ich finde, es plätschert auch so ein bisschen vor sich hin und dieser eine Moment, der dann die Handlung durchaus mal ins Rollen bringt, den fand ich persönlich sehr unglaubwürdig. Also ich weiß es nicht, aber wer es gelesen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Mensch tut. Und das war auch nicht gut genug erklärt meiner Meinung nach, wenn das jetzt wirklich ein total Geistesgestörter gewesen wäre. Okay, aber er wirkte ganz normal, einfach nur ein bisschen wütend, sag ich mal. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass das irgendjemand tun würde. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist also vor allem nochmal im Vergleich zu dem Sachbuch, obwohl die natürlich komplett unterschiedlich sind, ging es mir halt so gar nicht nah oder sehr wenig. Ich meine natürlich, das ist irgendwie so eine sympathische alte Frau, die ihr Ding macht, aber mehr halt irgendwie auch nicht. Übrigens so eine kleine Frage, die ich mich stelle, warum ist diese junge Frau auf dem Cover? Ich meine, natürlich war Baba Dunja auch mal jung, aber darum geht es in dem Buch eigentlich überhaupt nicht. Sie in ihrem Alter steht ja gerade im Mittelpunkt. Und ich hätte das toll gefunden, wenn die auf dem Cover irgendwie so eine richtig alte Fettel drauf gemacht haben, das wäre doch toll. Aber na gut, dann ist es halt die junge Dame hier. Und ja, falls ihr überhaupt irgendein Buch mal über Janobyl lesen wollt, dann auf jeden Fall eher das Taschenbuch von Svetlana Alexejevic. Das hier nett wird zwischendurch. Es ist ja auch nicht sehr lang, aber nicht so, dass alle bis zum Buch, kann ich auch verstehen, warum es den Preis damals nicht gewann. Es, ja, okay, muss ich sagen. Das heißt, das waren meine zwei Bücher zu Schernobyl. Ich habe mich vorher nie groß mit dem Thema beschäftigt, es hat aber jetzt gerade so gepasst, dass ich die zwei so nacheinander gelesen habe. Ihr könnt mir wie immer gerne etwas dazu schreiben, egal ob zum Thema allgemein oder zu den Büchern. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.